So meine lieben Freunde, ihr wisst es, zwei Tage vor dem nächst anstehenden Spiel gibt es ja immer meinen Vorbericht. Diesmal ist das natürlich der letzte Spieltag, wo alle Mannschaften gleichzeitig ihre Partien um 15.30 Uhr am Samstag austragen. Wir spielen in Wolfsburg. Ich sage, was ich denke, wie Pahl spielen wird, was meine Wunschelf wäre, die brauche ich heute eigentlich gar nicht sagen, wie der Gegner spielt. Ich habe mir tatsächlich diesmal nicht mal die PK vom Gegner angeschaut, weil das Spiel dann doch eher irrelevant ist. Deswegen soll es hier lieber mal ein bisschen um die PK gehen. Da wurde ja auch einiges geleakt, unter anderem, dass PK bleibt. Es gibt auch noch ein paar News, dass Piontech wirklich jetzt bei Girona in Spanien auf dem Zettel stehen soll. Lasst uns lieber über solche Sachen sprechen. Dennoch machen wir natürlich einen kurzen Vorbericht, auch wenn das Spiel ja völlig relevant eigentlich für uns ist. Wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Wir sind heute circa ab 21 Uhr online auf Twitch. Es gibt ein paar interessante Sachen, auf die wir reagieren können und wollen und auch ein bisschen uns austauschen. Ansonsten geht jetzt hier auch nochmal ganz kurz um Gersbeck und Christensen, diese News, die da gestern rauskamen, wobei ich dazu ja schon das Twitch-Highlight hochgeladen habe, wo ich mich ausführlich zu geäußert habe. Könnt ihr gerne mal auf meinem Zweitkanal Felizio's Dream Highlights ist auch unten in der Beschreibung verlinkt schauen und dann findet ihr da auch meine detailliertere Meinung zu diesem Tausch, wenn er denn stattfinden soll. Also lasst uns hineingehen. Ja, auf jeden Fall lasst uns mal beginnen mit der PK von Hertha. Da wurde ja wie gesagt einiges so ein bisschen geleakt von Paul. Ich weiß nicht, ob sich da Benni Weber jedes Mal so drüber freut. Ich freue mich auf jeden Fall natürlich darüber, da ein bisschen mehr zu erfahren als nur aus den Medien. Wolfsburg gegen Hertha. Ihr wisst ja, wissen wir alle selber, also würde Hertha für Hertha noch um was gehen, dann hätten wir da auf jeden Fall eine Invasion gestartet, auch wenn die Wölfe uns da schwer gemacht haben mit dem geringen Kontingent. Derzeit rechnet mal mit 2800 Herthanern. Ich habe auch schon viele gesehen, die ihre Karten jetzt wieder oder die noch Karten übrig haben oder loswerden wollen. Ich werde auf jeden Fall mit ein paar Kumpels, unter anderem Dennis und Lukas, auch nach Wolfsburg fahren. Das lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Es geht halt um nichts mehr. Da kannst du halt dann einfach nur dieses Vereinsleben und die Gemeinschaft und selber abfeiern. Mehr wird da nicht gehen. Sich würdevoll aus der Bundesliga verabschieden. Das war auch das oder ist auch das Ziel von Pal Dardai mit der Mannschaft und vielleicht auch noch mal dem einen oder anderen Spieler ein bisschen Schaufenster geben, wenn wir den noch loswerden möchten oder auch jungen Spielern schon mal ein bisschen Zeit schenken, wie es Pal Dardai gesagt hat. Also rund 2800 Hertha-Fans. Mal gucken, werden jetzt nicht viele sich noch zusätzlich drum reißen, Karten zu bekommen. Vielleicht gibt es ein paar die Plätze, die da nicht belegt sind. Wir fahren auf jeden Fall hin. Ich freue mich sehr. Vielleicht mache ich zwischendurch mal einen kleinen Stream oder so. Jetzt kann ich das ja machen auf der Fahrt dahin. Sonst bin ich immer so aufgeregt und so im Film, dass ich da mal keine Videos drehe oder keine kurzen Streams mache. Aber jetzt geht es ja eh um nichts mehr, sondern vielleicht nur noch, wie man das genießen kann, in dem Rahmen halt genießen. Und von daher bin ich dann mal mit dem Handy ein bisschen bei Twitch zwischenzeitlich online oder bei Instagram. Mal gucken, was wir da so machen. Ja, zum Personal. Schon ein kleines Lazarett. Ein Sona fällt weiterhin aus. Dardai, also Marton und Tolga fallen beide mit Wadenproblemen aus. Ich weiß nicht, was mit Tolga ist. Kann natürlich auch wirklich Wadenprobleme sein, aber ist ja jetzt schon sehr lange. War auch ein bisschen komisch. Auf einmal war er nicht mehr im Kader danach, weil hat er ja dann mal einen Darm und Wade. Das sind halt so Sachen, die du auch nicht wirklich nachweisen kannst. Eigentlich wäre ich davon ausgegangen, dass man mit Tolga schon für die neue Saison als Stütze plant. Der soll ja so um die eine Million verdienen, wenn er jetzt zu denen gehört, wo das Gehalt nicht um 40, sondern um 30 Prozent reduziert werden würde. Dann wären es knapp 700.000. Und er bringt ja auch viel Erfahrung mit. Er kann ein Führungsspieler sein, aber das Problem war halt, nachdem er echt so stark angefangen hat, nicht nur spielerisch, sondern auch eben ein Führungsspieler zu sein, hat er eben noch stärker nachgelassen. Dieses alte Hertha-Problem. Mal gucken, was mit Tolga in der neuen Saison dann wird. Der fehlte auf jeden Fall auch mit der Wade. Uremovic fällt weiterhin mit seiner Gehirnerschütterung aus. Ist ja jetzt schon zwei Wochen, ist auch eigentlich relativ lange. Bei Kempf und Rochel gibt es weiter Fragezeichen. Die gucken sich jetzt an, wie die trainieren. Und dann schaut man, ob man mit denen ins Spiel geht oder nicht. Man muss ja auch immer dran denken, auch bei Spielern, die man vielleicht noch verkaufen will, was ich nicht glaube, dass Kempf einer davon ist. Aber wenn man einen Spieler wie Rochel loswerden will, wäre es natürlich auch worst case, wenn er sich jetzt im letzten Spiel verletzt und man erst recht wieder nicht los wird. Boateng fehlt auch. Das tut mir ein bisschen leid für ihn. Ich hatte ihm schon gegönnt, dass vor unserer Auswärtskulisse er nochmal einen würdigen Abschied bekommt aus seiner Karriere. Könnte jetzt sein, dass es das letzte Profispiel für ihn war. Aber wie gesagt, er hat nochmal alles reingeworfen. Jetzt ist es kniedick. Also mehr ist dann da bei ihm auch einfach nicht mehr drin. Deswegen sollte er sich da auch wirklich Gedanken machen, ob er in seiner Fußballkarriere weitermachen will. Hatte ich ja gestern schon gesagt. Ich kann es von außen nicht einschätzen, muss er selber wissen mit seinen Ärzten. Aber man will ja nicht danach der Karriere irgendwie ein völliges körperliches Wrack sein. Mittelstädt fehlt auch. Fünfte gelbe Karte. Dementsprechend lichtet sich das schon etwas aus, wer denn dann überhaupt noch für die Startelf in Frage kommt. Über die Trainingswoche hat Pal gesagt, er kann ja nichts sagen. Disziplin war da, alle pünktlich gekommen und so weiter. Aber so ein bisschen hat ihm die letzte Aggressivität gefehlt. Die will er jetzt nochmal rauskitzeln, weil für uns geht es um nichts mehr. Aber man will sich ja auch keine Wettbewerbsverzerrung vorwerfen lassen. Zumal ja für Wolfsburg es wirklich noch um die internationalen Plätze geht. Deswegen fände ich es schon auch, ich weiß gar nicht, ob ich mich darüber freuen würde. Ich habe bei Wolfsburg jetzt immer dieses Feeling. Damals, so mein erster Abstieg, den ich miterlebt habe, dann mit meiner Dauerkarte Nürnberg zu Hause verloren. Dieses schlimme Spiel mit Raphael Schäfer. Ich brauche es nicht alles wiederholen. Und dann fahren wir nach Wolfsburg auswärts und gewinnen da einfach 5-1. Aber ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen würde, wenn ich ehrlich bin. Weil dann sitzt der Stachel natürlich noch tiefer mit diesem 94. Minute Gegentor schlecht verteidigt von Schlotterbeck gegen Bochum. Aber andersrum, muss man sagen, will man sich natürlich bestmöglich aus der Bundesliga verabschieden. Ich bin mal gespannt. Für uns geht es ja, wie gesagt, um nichts mehr. Er hat sich zu Kevin Prince-Boateng geäußert, mit Benni Weber zusammen. Er hat auch gesagt, ja, Benni Weber meinte dann auch, der wird einen Platz bei uns im Verein finden. Ich hoffe dann nicht, ich hoffe dann auch für eine Stelle, die jetzt nicht megamäßig gut bezahlt ist und vor allem auch für eine Stelle, die wir wirklich brauchen. Ich meine, er kann uns ja in Zukunft wahrscheinlich auch helfen, aber ich habe manchmal jetzt, sind mir das ein bisschen sehr viele Leute, die man irgendwie dazu holt von früher. Also wir brauchen jetzt auch nicht das gleiche wie Bobic machen, auch wenn die vielleicht weniger Geld bekommen. Also wir müssen, wenn andere Stellen gestrichen werden, schon schauen, welche Stellen brauchen wir wirklich. Aber klar, wenn er uns helfen kann, gerne auch im Verein weitermachen. Er soll ja wohl aber weiterhin Angebote aus anderen Ligen haben im Ausland, wo er die Karriere fortsetzen könnte. Das muss sich jetzt Boateng selber Gedanken machen, meinte Benjamin Weber. Paul Dardai sagte schon, ja, Mittelstädt fällt aus, deswegen spielt Platte. Wird dann aus meiner Sicht auch ein bisschen hoffentlich sein letztes Spiel für Hertha gewesen sein. Dann geben wir ihm nochmal den würdigen Abschied. Da hat er wirklich lange für Hertha vieles gemacht. Also manchmal ist mir das er hat wirklich eine Katastrophensaison gespielt. Völlig klar, ist auch kein Kapitän und so weiter. Aber manchmal finde ich, und ich bin ja eigentlich dem, das immer vorgeworfen wird, dass er nur am Bashen ist. Manchmal finde ich, hat man sich schon so in der Hertha-Gemeinde ein bisschen zu sehr nur auf Platten hat eingeschlossen. Klar, er ist Kapitän, da erwartet man auch mehr, ist völlig klar. Aber verlängern will ich halt trotzdem nicht mit ihm. Aber er ist trotzdem ein verdienter Spieler und er hat uns ein Jahr länger in der Liga gehalten. Also nicht nur durch dieses Freistoß-Tor. Er hat unter Magath auf einmal eine Form entwickelt, wie die Form seines Lebens, als er damals zur WM mitfahren durfte. Deswegen sollte man, auch wenn Fußball ein Tagesgeschäft ist und ich ja auch immer sehr kritisch bin und ich ihn auch nicht verlängern würde, auch nicht zu geringerem Gehalt, sollte man halt wirklich ihm da auch, finde ich, den Respekt geben, den er sich trotzdem über die Jahre bei uns verdient hat. Ja, Jovetic hat er auch gesagt, wird er eine Chance geben. Er wird der Spielzeit geben, weil er sich das verdient hat, weil er immer, wenn er spielen konnte, gespielt hat und auch unter ihm gute Leistung gebracht hat. Und ich finde auch, Jovetic hat sich im Abstiegskampf echt nochmal reingeworfen. Dementsprechend wird er ihn spielen lassen. Hat aber auch gleich geleakt, dass Maser die zweite Halbzeit machen können, dass die sich so das ein bisschen teilen können, dass er ihm dann quasi eine Halbzeit schenkt. Und ja, dann ging es ein bisschen los. Die Journalisten haben sich so leicht herangetastet mit den Fragen, wie geht es denn mit dem und dem Spieler weiter, wie geht es mit dem Trainer weiter. Und dann dadurch, dass Paul irgendwie einfach mal rausgehauen hat und geleakt hat, dass Pekarik bei uns im Verein bleiben wird, dann haben sich alle Journalisten auch getraut, so die ganzen Kaderfragen zu stellen. Also ich glaube, da wird sich Benjamin Weber nicht so drüber gefreut haben. Aber ich fand es eigentlich krass interessant, weil ich dachte, ich bin davon ausgegangen, so wie es in der Medienlandschaft hieß, man verlängert nicht nochmal mit Pekarik. Benjamin Weber hat jetzt aber bestätigt, Verlängerung nicht im Verein, sondern steht kurz bevor, dass er bei uns als Spieler bleibt, um eben dann auch in der zweiten Liga dafür zu sorgen, dass wir neben dem Berliner Weg, neben den Jugendspielern auch gewisse Konstanten haben. Und wenn Pekarik das Fitnesslevel noch mitbringt, ich habe es gesagt, dann würde ich auch mit dem verlängern, weil ich eigentlich schon davon ausgehe, dass Kenny ein so hohes Gehalt hat, wahrscheinlich auch einen Markt hat in etlichen Ersten liegen und dass wir da ein bisschen Transfereinnahmen erzielen können. Und dann hast du halt nur noch Eidsperger. Deswegen fände ich die Kombination aus Pekarik, der vielleicht nochmal eine Saison macht, meinetwegen auch als Stammspieler. Und Eidsperger ist dann der Ergänzungsspieler. Eigentlich interessant, wenn man Kenny abgibt, weil wenn du Kenny abgibst und Pekarik kann nicht mehr, dann hast du halt gleich wieder eine Baustelle. Und was machst du dann? Leistst du dann jemanden aus oder holst du jemanden, der dann wieder den Weg für das Talent versperrt? Also ist wahrscheinlich schon der Weg so, Kenny könnte es vielleicht Angebote geben. Pekarik geht erstmal als erster Rechtsverteidiger in die Saison. Vielleicht setzt sich Aidschi durch und wenn nicht, ist Pekarik nächstes Jahr weg und dann kann Eidsperger dann vielleicht den Schritt machen. Also finde ich eigentlich eine gute Lösung, wenn er fit genug ist. Das kann ich ja von außen nicht einschätzen. So viele Spiele hat er ja diese Saison nicht gemacht, aber trotzdem war auf ihn immer Verlass. Und dadurch, dass er halt so ein Musterprofi ist, ist er auch für mich ganz ehrlich nicht unfitter als ein Plattenhard, der deutlich jünger ist als er. Vielleicht ist er sogar noch fitter als ein Plattenhard. Finde ich erstmal soweit gut. Ja, dann wurde nochmal über den Trainer gesprochen. Da soll es wirklich tatsächlich nach dem Wolfsburg-Spiel dann auch die Entscheidung geben. Und wir wissen ja alle, die Trainerentscheidung ist die wichtigste. Die musst du als erstes treffen. Danach kannst du den Kader aufbauen. Also so wenig Zeit wie möglich da bitte lassen an die Verantwortlichen von Hertha. Aber hat ja Benjamin Weber auch gesagt, wird danach die Entscheidung fallen. Deswegen, wenn die Entscheidung danach fällt, keine Ahnung, vielleicht haben sich jetzt mit Kohfeldt beschäftigt. Aber ich tippe weiterhin darauf, dass es Pal macht. Und ich wünsche mir auch, dass es Pal macht in der zweiten Liga. Es sei denn, er hat keinen Bock. Er will ja da auch seine Analyse abgeben. Vielleicht will er da auch erstmal abwarten, was sie sagen, was sie davon umsetzen können und was nicht. Er hat bestätigt, dass zwei Leihspieler zurückkommen. Nämlich Martin Winkler und auch Gächter, mit denen man plant. Er hat gleich gesagt, Jovetic und die Juke verlassen uns safe. Was mit den anderen Leihspielern ist, weiß man noch nicht. Also das bezieht dann eben auch ein Luca Wollschläger mit ein, der keine gute Leih hatte bei den Essenern über Alde Räte, wo wir diese Woche Berichte gelesen haben, dass er wohl für viereinhalb Millionen oder vier Millionen zu Getafe wechseln könnte. Da hat er jetzt kein weiteres Wort mehr so verloren. Aber es wäre natürlich gut, wenn das so zustande kommt. Er ist ja auch absoluter Stammspieler beim Abstiegskandidaten Getafe oder wie ich immer sage Getafe und hat auch im letzten Spiel das entscheidende Tor gemacht für Getafe. Die sind jetzt auf Platz 16. Platz 18 ist der erste Abstiegsplatz in aller Liga, aber punktgleich mit Platz 16. Ich glaube, es ist Real Valladolid oder wie man das ausspricht. Und ja, also hat sein erstes Saisontor gemacht. Ein ganz, ganz entscheidendes. Sonst wären sie jetzt auf dem Abstiegsplatz. Mal gucken, wie die Saison da ausgeht. Zwei Spiele sind dort noch zu spielen. Und ob der die durchgeht, wäre ja für uns ganz gut. Worüber hat er sich noch geäußert? Eigentlich sonst nichts groß. Also Christensen scheint ja wirklich bei Brighton im Gespräch zu sein. Ich dachte ja, Sanchez ist weiterhin Stammkeeper, aber der hat wohl seinen Stammkeeperplatz verloren und soll jetzt wechselbereit sein. Von denen würden sie auch gut Kohle kriegen. Also könnte Christensen sogar in Zweikampf gehen mit Stil, glaube ich, heißt er, der auch gestern oder vorgestern gespielt hat gegen Man City. Die haben ja Europa League perfekt gemacht. Es heißt ja, laut verschiedensten Medienberichten, dass Brighton für Christensen viereinhalb Millionen hinlegt. Da können wir nicht nein sagen, dass es sogar mehr, als wir für ihn bezahlt haben nach einer Bundesliga-Saison. Klar, der hat ein Talent, der hat auch die Mentalität, die er mitbringt. Ich würde ihn auch gar nicht zwangsläufig abgeben wollen, aber ihr wisst ja, bei uns ist eigentlich kaum einer unverkäuflich. Und ich gebe lieber einen Christensen ab und hole mir dann einen Gersbeck, wenn der so günstig vor allem ist, mit dieser Ausstiegsklausel, die es angeblich geben soll für 250.000 und behalte dann den ein oder anderen wichtigen Schlüsselspieler, der auch viel kostet. Das wäre dann auch so meine Herangehensweise. Den Deal soll von Gersbeck übrigens an die Menger laut Bild eingefädelt haben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Die berichten ja sowieso immer relativ gut über Menger. Ansonsten wäre es natürlich ein ganz cooler Deal. Aber wenn da eh die Ausstiegsklausel ist, warum musste er ihn dann so krass davon überzeugen? Keine Ahnung. Aber er muss natürlich mit ihm reden, weil er muss ihm ja als Torwarttrainer sagen, du, ich plane mit dir als Eins oder eben nicht. Frage ist, was passiert da mit einem Tiag Ernst, was passiert mit einem Quasigroch, mit einem Tschuck, mit einem Goller? Wir haben ja viele Nachwuchstorhüter. Ich hoffe, da wird, falls da großes Talent ist, dann auch drauf gesetzt und das auch erkannt. Ich gehe davon aus, sollte man aufsteigen, was ja sowieso unfassbar schwer wird, dann müsste man sich vielleicht nichts gegen Marius, absoluter Jatana, durch und durch. Also da kriegst du auf jeden Fall die Mentalität, die Ausstrahlung, die Ruhe und vor allem auch die Vereinszugehörigkeit, die Verbundenheit zu Hertha. Aber wenn man aufsteigt, muss man sich dann vielleicht nochmal Gedanken machen, ob man ihn dann durch jemand anderen ersetzt. Aber das ist ja alles Zukunftsmusik. Und ja, also an sich, wenn du einen Überschuss von vier Millionen kriegst und die Torwartposition ersetzt bekommst, durch einen Zweitliga-erfahrenen Torwart, der alles reinwirft, dann musst du es eigentlich so machen. Mal gucken, ob der dir durchgeht. Das wäre ja auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Dann hättest du, wenn das alles so passiert, zweieinhalb Millionen für Santi, vier Millionen für Alderete, viereinhalb Millionen für Christensen, dann bist du ja schon bei zehneinhalb Millionen. Olli würde ich es auch gönnen. Der hatte ja vorher in einem Interview gesagt, dass er nicht weiß, ob er hier bleibt, aber nicht, weil er nicht will, sondern weil da halt auch andere Faktoren mit reinspielen. Und das ist halt bei Hertha so, wenn wir gute Angebote kriegen, dann müssen wir die Spiele halt auch abgeben. Ist völlig klar, da muss man realistisch bleiben und Christensen. Er könnte natürlich nochmal ein ganz, ganz wichtiger Mann für die Zukunft werden, aber er ist aus meiner Sicht nicht so wichtig, wie zum Beispiel einen Kämpf in der IV zu halten oder wenn man die Möglichkeit hat, wo ich mir aber auch ganz und gar nicht sicher bin, Jessic zu halten, dass man dann lieber da auf Geld verzichtet und dann eben einen Christensen abgibt. Das macht, glaube ich, schon auf jeden Fall Sinn. Wenn ihr da nochmal, wie gesagt, meine detaillierte Meinung hören wollt, dann guckt gerne nochmal auf meinen Zweitkanal rein. Und dann Piontek. Piontek war ja angeblich im Gespräch bei Girona und Sporting Lissabon, aber bei Sporting kann ich es mir irgendwie ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Bei seinen vier Saisontoren, die er als Stammspieler bei Salernitana gemacht hat, wovon noch zwei Elfmeter waren. Jetzt hat aber auch der Kicker berichtet, dass es tatsächlich wohl Interessenten aus Italien und aus Spanien geben soll. Und der Sportjournalist, jetzt muss ich aber nochmal seinen Namen nachlesen, Garcia Leon, katalanischer Sportjournalist, sagt, dass Girona, die sich ja derzeit immer noch im Kampf um die europäischen Plätze, zumindest mal Conference League, befinden, aber derzeit eben nicht auf dem internationalen Platz stehen und die erst letztes Jahr in die La Liga aufgestiegen sind, dass die wohl bereit sein sollen, für Piontek 6 Millionen zu zahlen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, muss er als Verlust hinnehmen, abschreiben, dass wir so unfassbar viel für den ausgegeben haben, aber sofort machen, wenn das stimmt. Ich kann es mir immer noch nicht so vorstellen, er soll ja ein kolportiertes Gehalt haben zwischen 4 und 6,5 Millionen, was auch immer, es ist auf jeden Fall deutlich zu viel, selbst bei einer Reduzierung von 40 Prozent unbedingt loswerden, Piontek. 6 Millionen werden sogar gut. Das sind jetzt nur so Gerüchtespieler, aber dann hättest du schon 16 Millionen eingenommen und außer Christensen wäre davon kein einziger Spieler, Stammspieler diese Saison gewesen. Also das wäre sehr, sehr gute Voraussetzung, um dann eben gewisse Säulen halten zu können teilweise. Also wenn das so durchgeht, ich glaube weiterhin, dass die meisten Vereine bei ihm einfach nur an der Laie interessiert sind. Warum will man jetzt für den 6 Millionen ausgeben, nachdem er bei Hertha nicht funktioniert hat, bei Florenz nicht funktioniert hat, bei Salernitana als Stammspieler. Er war zumindest mal Stammspieler, aber er hat ja nicht wirklich seine Knipsack-Qualitäten gezeigt. Warum will da jetzt ein Verein wirklich ihn fix verpflichten? Es sei denn, es gibt da wirklich Konkurrenz zwischen anderen Vereinen und Hertha sagt ja, wenn ihr den nicht fix nehmt, verleihen tun wir nicht, dann gehen wir ihn da hin. Gut, das war auf jeden Fall frühzeitig Anfang. Benjamin Weber meinte auch, es ist natürlich schade, dass wir jetzt schon abgestiegen sind. Andersrum ist es natürlich gut, weil man jetzt schon sich in Gespräche vertiefen konnte, mit den Spielern, in persönliche Gespräche. Und das hat er die Woche auch wohl gemacht, mit fast allen Parteien schon gesprochen, wie es weitergehen soll, was Hertha sich erwartet und so weiter. Das war sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, da kommt schnell Bewegung rein, sonst sitzt du wieder Ende August auf dem Piontech und musst ihn wieder verleihen und Gehaltsteile von ihm noch übernehmen. Also Girona gerne, wenn ihr den haben wollt. Sechs Millionen gehe ich mit konform. Wir müssen uns verabschieden von irgendwelchen zweistelligen Millionen-Summen. Bei ihm ist es einfach unrealistisch. Ich habe schon gesagt, ganz ehrlich, ich würde ihn sogar für drei oder vier Millionen abgeben. Was sich jetzt erstmal total lächerlich anhört, ist natürlich auch Verhandlungsbasis, aber eh ihn wieder nur verleihen. Er hat noch 20, 25 bis dahin Vertrag. Klar, nächstes Jahr könntest du ihn immer noch verkaufen, dann hat er aber nur noch ein Jahr Vertrag und zahlst vielleicht noch Gehaltsteile mit. Also wenn du ihn verkauft kriegst, für fünf, sechs Millionen, dann sofort machen, sofort Deal. Nicht wie bei Deal or No Deal, sofort Deal einschlagen. Also auf jeden Fall ist viel Bewegung drin. Wir haben in acht Wochen geht ja die zweite Liga los, in vier Wochen wahrscheinlich die Vorbereitung. Also da hat Benni Weber viel zu tun und ich wahrscheinlich auch, weil ich jeden Tag eigentlich zwei, drei Videos machen kann, so viele Gerüchte wie dann aufkommen. Aber es macht ja auch Spaß, drüber zu reden und die Gerüchte machen zumindest mal Hoffnung. Was sich dann daraus wirklich ergibt, werden wir sehen. Und um jetzt nochmal zum Spiel zurückzukommen. Wolfsburg, ja, kurze Gegneranalyse. Wolfsburg eine Mannschaft, die mit relativ wenig Torchancen auskommt unter Niko Kovac, auch öfter mal ein Spiel dabei hat, wo sie unter anderem wie gegen uns dann 5-0 gewinnen, aber gar nicht so unfassbar viele Chancen dafür brauchen, wie gegen uns im Hinspiel oder auswärts im Mainz, haben sie auch 3-0 gewonnen mit relativ wenig Torchancen. Sie haben die sechs meisten Tore erzielt, aber sind, was die Torschussabgabe angeht, nur auf Platz 14. Das zeigt auch deren Effizienz und Qualität vorm Tor, zeigt aber auch, dass sie nicht den dominantesten Fußball spielen. Ich glaube, sie haben im Schnitt 50 Prozent Ballbesitz. ist natürlich deutlich mehr als Hertha und die werden das Spiel auch machen, vor allem, weil sie ja unter Zugzwang sind, aber es ist jetzt auch keine Mannschaft, die da jeden Gegner an die Wand spielt. Sie haben eine sehr gute Passquote, haben ja auch eine hohe individuelle Qualität, können auch von der Bank echt noch Qualität bringen. 82 Prozent, ich glaube, wir dümpeln irgendwo bei 75 Prozent rum. Sie haben relativ wenig Flanken, das kann man auf jeden Fall sagen, kommen vor allem, das sieht man auch an der Statistik, dass sie die meisten Sprints und die meisten intensiven Läufe in der gesamten Bundesliga haben. Sie kommen sehr viel über ihre Schienenspieler, die sehr viel sprinten, sie kommen sehr viel über das Passspiel und über tiefe Bälle, unter anderem eben von einem Felixen-Metscher gespielt, von einem Wimmer, einem Wimmer kann auch gut geschickt werden, also zwischen die Kette, hinter die Kette, tief gespielt, das ist so deren Fußball. und ja, also ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen, jetzt wenig lange Bälle, also ein ganz anderes Spiel, als es der VfL Bochum zum Beispiel durchführt. Ja, ich freue mich irgendwie trotzdem, worauf soll ich mich freuen, aber irgendwie auf den Tag mit den Leuten freue ich mich trotzdem, das Spiel ist eigentlich für mich absolut zweitrangig. Ich würde mich freuen, Masa zum Beispiel zu sehen, das würde mir auf jeden Fall noch mal Freude bereiten, dem mal zuzusehen. Ist ja wirklich ein hoch gehandeltes Talent, auch was ich so gehört habe, was Zecke gesagt hat, stimmt, da ist wirklich halb Europa dran, jeder will den haben, sehr, sehr interessanter Mann. Ich hoffe, dass es nicht wieder jemand ist, wo so viel drüber gesprochen wird und am Ende schafft er den Durchbruch nicht. Ich hoffe, er hält dem Druck stand, ist ja auch noch ein sehr junger Mann, vielleicht tut ihm ja die zweite Liga gut und ich würde sagen, wir gehen mal rein, wie wird der Gegner spielen, wie werden wir spielen und dann noch in die Tipps, die Saison ist schon wieder vorbei, nach am 34. Spieltag, was glaube ich, wie die Mannschaften spielen werden. Gehen wir rein, let's go. Ja, die Wölfe, für gewöhnlich, kannst du jetzt interpretieren, wie du willst, im 5-3-2-System mit zwei Stürmern auf dem Feld, mit zwei Schienenspielern oder eben im offensiven Bereich dann in einem 3-5-2, einem Sechser, zwei Achtern mit Felix Metscher und einer zweiten Person und Wind dann so als klassischer Stürmer, Wimmer, der auch immer mal wieder sich fallen lässt oder nach außen rückt, auch spielerisch stark ist. Castells wird im Tor gesetzt sein, in Van de Ven, auch sehr, sehr starker, junger, schneller Innenverteidiger, der auch Außenverteidiger spielen kann und bei vielen Bundesligisten auf dem Zettel ist. Ich glaube, ich hatte unter anderem gelesen, auch bei Eintracht Frankfurt, wenn es mich jetzt nicht täuscht, Giavo Ghi, neuer Rolle in den letzten Spielen, immer wieder mal in der zentralen Innenverteidigung gespielt und rechts Borneau, der Ex-Kölner, auch kopfballstarker Mann, auch torgefährlich vorne. Kapitän Arnold wird natürlich gesetzt sein auf der Sechs, Dreh- und Angelpunkt, auch Standardschütze, links Kaminski mit Tempo, rechts Baku mit Tempo und dann vorne Felix Metscher wird gesetzt sein auf der Acht. Links könnte auch Swarnberg spielen, der wahrscheinlich sein bestes Spiel der gesamten Saison gegen Hertha gemacht hat. Ansonsten Gerhard auch eine Option. Letztes Spiel haben die Wölfe ja 2 zu 0 verloren in Freiburg, davor das Auswärtsspiel 6 zu 0 in Dortmund verloren, aber zu Hause jetzt wieder auch stark gewesen die letzten Spiele sich durchsetzen können. Wind, ja, ist auch ein guter Stürmer, hat ja gegen Hertha im Hinspiel, haben ja alle Wolfsburger ein gutes Spiel gemacht, aber ist auch ein guter Stürmer, ist noch kein absoluter Topscorer und Wimmer, wenn er fit ist, weiß ich nicht, ich habe mir wie gesagt die PK nicht angeguckt, ist für mich ein absoluter Unterschiedsspieler für die Wolfsburger. War ja auch eine Zeit lang verletzt, das hat man dann den Wölfen auch tatsächlich angemerkt, muss man sagen. Ich kann jetzt noch mal kurz nachschauen, damit ich hier nichts Falsches sage, bei wie vielen Toren steht Wind mittlerweile. Wind hat 6 Saisontore und eine Vorlage, ist ein guter Stürmer, aber wie gesagt noch nicht der Goalgetter, der er sein soll für das Geld, was man ihm auch geholt hat. Wimmer mit 4 Toren und 8 Vorlagen, also sehr, sehr guter Vorlagengeber. Felixen, Matcher, kommt ja auch schon auf seine 6 Vorlagen und 3 eigene Tore. Baku, auch eine gute Saison, 5 Tore als Schiedenspieler, 3 Vorlagen, jetzt aber schon länger nicht mehr getroffen. Auch Kaminski, ein guter Mann, aber ich meine, da haben sie auch ordentlich Geld ausgegeben für die Spieler. Also Wolfsburg ist derzeit auf Platz 7, brauchen auf jeden Fall den Sieg, müssen dann auch noch mal gucken, was Leverkusen macht und ein bisschen darauf hoffen, dass Leverkusen stolpert vielleicht in Bochum und für uns geht es darum, sich gut zu verabschieden. Im Best Case können wir noch auf 29 Punkte immerhin kommen. Derzeit haben wir so eine typische Absteigerpunktzahl von 26 Punkten. Ja, so werden die Wölfe spielen wahrscheinlich. Vielleicht geben sie auch nochmal dem einen oder anderen eine Chance, aber ich denke, die werden da ihre beste Elf aufstellen, weil es für sie halt noch um alles geht. Ja, und wie wir spielen, ein bisschen was wurde ja schon geleakt. Also im Tor Christensen, klar, links wird Plattnaht spielen, hat er ja schon gesagt. In Verteidigung sollten Clemens und Rochel jetzt wirklich ausfallen, dann werden wohl Clemens und Darsilva eine Chance bekommen. Joel Darsilva, mit dem man ja auch laut Kicker überlegte, in die zweite Liga zu gehen. Paul Dardai meinte dazu nur so, ja, wir haben ja keinen anderen mehr. Ist natürlich auch ganz nett, aber ich glaube, der würde sich auch freuen. Ich muss sagen, die U23-Spiele, die U19-Spiele und auch, ja, U19 hat er mir eigentlich gut gefallen, aber im Herrenbereich. Die U23-Spiele und die Testspiele, wo er dann mal ran durfte für die erste Mannschaft, hat mich Darsilva eigentlich nicht so wirklich überzeugt. Das sind ja nur einzelne Eindrücke. Also ich will dem jetzt nichts absprechen. Die Verantwortlichen sehen die da in jedem Training und sehen die jeden Spieltag. Da Silva auf jeden Fall ein junger, großgewachsener Mann, der vielleicht noch nicht den Körper hat wie ein Clemens, aber vielleicht kann er ja überzeugen. Vielleicht sagen wir, oh, der hat mir aber gut gefallen in dem Spiel, hat ja nichts zu verlieren, kann sich auf jeden Fall zeigen, falls Kempf und Rochel wirklich auch noch ausfallen, weil Urimovic und Dardai fallen ja auf jeden Fall aus. Clemens finde ich cool, vielleicht auch noch mal einen Anreiz zu verlängern, nicht dass Gladbach sich das Spiel wieder anguckt, sonst geht er noch da hin. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn Clemens verlängert, auch wenn wir natürlich mit Marton Dardai, Gechter noch zwei weitere Jugendspieler haben, die auch auf dem Stammplatz pochen. Aber in der zweiten Liga könnte ja Marton Dardai auch auf der Sechs spielen. Dann hätte Clemens nur noch einen Gechter vielleicht vor sich, einen Kempf, je nachdem, wem wir noch abgeben. Also Clemens würde ich sehr, sehr ungerne ablösefrei im Sommer abgeben. Rechtsspiel, denke ich mal, Kenny, auch um, dass er sich noch mal ein bisschen präsentieren kann, hat auch keine schlechten Spiele gemacht, wäre vielleicht auch unverdient. Wenn man aber Angst hat, dass er sich verletzt, vielleicht ist er schon in Verhandlungen mit anderen Vereinen, könnte es auch sein, dass Pekka wieder spielt, der ewige Pekka. Jetzt wo er betont hat, dass er bei uns bleiben wird, könnte ich mir auch vorstellen, dass der spielt. Bin mir sicher, dass Serdar und Tussar spielen, so wie Jovetic, das hat er ja schon gesagt. Glaube auch nicht, dass man Juki spielen lässt. Warum sollte er das jetzt machen? Hat er die letzten Spiele nicht gemacht, wird uns eh verlassen, wurde bestätigt. Richter kämpft man ja wohl drum, ihn auch als Führungsspieler in der zweiten zu halten oder davon zu überzeugen, deswegen glaube ich, der spielt, genauso wie Luke Bakio. Wie gesagt, ich hoffe bloß, dass sich da keiner verletzt, dass wir die deswegen da nicht verkaufen können, das wäre extrem bitter. Vorne drin, ja, um Jassik, da wird Zeckel und alle, Benni Weber werden alles dafür geben, dass er bleibt. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob er bleibt, um ehrlich zu sein. Hoffe es aber weiterhin natürlich sehr, könnte so das Gesicht des Berliner Wegs sein und könnte auch schon eine Führungsposition in der zweiten Liga übernehmen. Ich weiß nicht, ob man ihn deswegen dann jetzt aufstellt, auch da Verletzungsrisiko, er hatte schon zwei Kreuzbandrisse, was sicherlich auch in seine Entscheidung mit reinspielt, den Verein nochmal zu wechseln, um vielleicht mal einen fetten Vertrag irgendwo zu unterschreiben. Vielleicht spielt er auch mit Niederlechner, der ja wohl sein Go gegeben hat, dass er bei uns in der zweiten Liga dabei sein wird und dann auch nochmal seine Chance bekommt, um sich einzuspielen und zu zeigen, warum er in der zweiten Liga vielleicht wichtig sein kann. Ja, ich glaube, so wird die Aufstellung sein. Ich habe jetzt auch gar nicht große Wünsche, sage ich euch ganz ehrlich. Wenn da Silva ein bisschen Spielzeit kriegt, Clemens, Maser, würde ich mich drüber freuen. Ich würde mich tatsächlich auch drüber freuen, wenn er einfach mal, ich weiß nicht, ob er das machen würde, aber wenn er einfach mal ein paar Jugendspieler mitnimmt. Eigentlich könntest du jetzt auch Nader Jindaui bringen, ganz ehrlich. Ich bin jetzt nicht so ein Nader-Fanboy, wisst ihr ja, aber eigentlich könntest du den jetzt auch bringen. Vielleicht verlängert er dann nochmal für die U23 oder so. Bring den doch einfach. Oder einen Axta Kahl würde ich auch sehr gerne mal sehen. Oder irgendwen noch aus der zweiten Mannschaft, den man die Zeit, wie es Pahl halt gesagt hat, schenkt. Aber trotzdem muss er jetzt hier nicht mit einer kompletten Jugendmannschaft auflaufen. Die Spieler haben sich das dann auch verdient, noch das letzte Spiel zu bestreiten. Und vielleicht bringt es ja sogar noch was im Verkaufsprozess. Verletzen darf sich aber auf jeden Fall keiner. Das ist klar und wichtig oder nicht schwer verletzen. Ja, wie gesagt, ich habe da keinen großen Wunsch, außer Scherhand würde ich auch gerne nochmal eine Chance geben. Der hat sich das verdient durch seine Leistungen bei der U23 in den letzten Wochen. Dem würde ich gerne ein bisschen spielen sehen. Ansonsten habe ich da jetzt keine große Wunschaufstellung. Es ist mir eigentlich völlig Latte, um es mal auf Deutsch zu sagen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was ihr glaubt, wie er spielt, wen ihr gerne sehen wollen würdet. Es gibt ja einige interessante Jugendspieler aus der U23 auch. Ein Abdullativ mit tollen Leistungen. Gündis, wo man auch von ausgeht, dass er vielleicht wechseln wird. Es gibt ja etliche Spieler, die in der zweiten Mannschaft auch bewiesen haben, gerade in den letzten Wochen, dass sie vielleicht auch zu mehr im Stande sind, gerade wenn wir in die zweite Liga absteigen. Da gibt es schon ein paar interessante Männer. Rölke, auch mit einer guten Rückrunde, hat sich gut im Männerfußball etabliert. Schreibt doch mal rein, wen ihr da mal eine Chance geben würdet. Oder ihr sagt, wahrscheinlich viele von euch werden sagen, jetzt lasst du nur noch Jugendspieler spielen. Vielleicht auch eine Sache, aber das wird er, glaube ich, nicht machen. So, und jetzt kommen wir zu den Tipps zum letzten und entscheidenden Bundesligaspieltag, dem 34. Ja, früher war es ja so, dass alle Spiele parallel gelaufen sind, vom 33. und 34. Spieltag, alle Samstag 15. auch so ein bisschen um Wettbewerbsverzerrung vielleicht Einhalt zu gebieten und dafür zu sorgen, dass eben nicht die Mannschaft am Sonntag sich schon erholen kann, weil sie weiß, Freitag hat der direkte Konkurrent gepatzt. Natürlich gibt es mehr Einnahmen, wenn man den Spieltag splittet. Deswegen ist es jetzt nur noch der 34. Ich hoffe, das bleibt zumindest mal bestehen. Dortmund gegen Mainz, Leipzig gegen Schalke. Mit was fängt man hier an? Was ist hier ein unwichtiges Spiel? Eigentlich ist Hertha völlig unwichtig. Fangen wir an mit Hertha. Ich habe bei Nico, glaube ich, 3-1 Hertha gesagt, aber jetzt auch, als ich gehört habe, wie die dann so trainiert haben, glaube ich irgendwie nicht mehr so ganz dran. Ich sage mal, weil ich ja realistisch tippen will, ich sage mal 2-1 Wolfsburg. Aber es wäre typisch, wenn Hertha wieder gewinnt. Es wäre absolut typisch. Ich weiß nicht, ob mein Bruch dann nicht sogar noch höher wäre. Vielleicht ist mein Bruch weniger groß. Ich meine, ich muss das ja jetzt schon eine Woche verarbeiten oder länger auch mich damit anfreuen. Vielleicht ist es sogar besser, wenn Hertha nicht gewinnt, ganz ehrlich. Frankfurt gegen Freiburg. Ja, für die Frankfurter geht es noch um nicht mehr wirklich was. Für die Freiburger schon. Frankfurt hat das DFB-Pokalspiel vor sich. Ich weiß nicht, wie sie da in den letzten Heimspiel reingehen werden. Freiburg hat immer noch die Chance auf die CL, die ich ihnen auch sehr, sehr gönnen würde. Deswegen auch ein bisschen Hoffnungstipp, aber ich glaube auch, dass Freiburg da mehr unter Feuer steht. Und sie haben es ja gegen Wolfsburg gezeigt, wie ernst sie jetzt die Schlussphase nehmen. Ich glaube 2-1 für die Freiburger. Union gegen Werder. Sollte Union gewinnen oder sollte Freiburg nicht gewinnen, dann sind sie in der Champions League und haben wirklich das Wunder geschafft, was man, ich kann es nicht neidlos anerkennen, ich kann mich darüber auch nicht wirklich freuen, aber was man wirklich anerkennen muss, was für eine unfassbar krasse Arbeit das war. Und über die ganze Saison kannst du dich natürlich über den Spielstil streiten und ob du die magst oder nicht, aber haben sie es sich auch verdient mit ihren Leistungen, mit ihren Ergebnissen. Und Bremen, keine Ahnung, ich habe gehört, wie viele Verletzte da sind, ich kann mir nicht vorstellen, dass Bremen da was holt, aber mal gucken, wie Union mit Druck dann umgeht, mal gucken, wie Union damit umgeht, Bremen wird ja wohl nicht auf die Idee kommendes Spiel in der alten Försterei zu machen und dann hat Union immer ein Problem. Und mal gucken, wie sie damit umgehen, deswegen könnte ich mir ein 0-0 oder ein 1-1 vorstellen, glaube aber am Ende tatsächlich, dass Union so viel Herzblut im Heimspiel, wenn es um die Champions League geht, reinwerfen wird und sich da nicht so verunsichern lässt, wie Hertha meist in den entscheidenden Spielen, dass sie es in die Champions League schaffen und zwei zu eins gewinnen. Köln gegen Bayern, also ich hätte, wie gesagt, niemals gedacht, dass die Bayern 3-1 zu Hause gegen Leipzig verlieren, never ever hätte ich das gedacht und bin ja auch davon ausgegangen, dass Bayern jetzt beide Spiele gewinnt, jetzt weiß ich gar nichts mehr. Baumgart ist ein Trainer, der sagt, ey guck mal, die sind verunsichert, die sind unter Druck, die müssen gewinnen, wir haben hier nichts zu verlieren, wir haben hier unser letztes Heimspiel, wir können hier die Bayern ärgern, wir können dafür sorgen, dass Dortmund Meister wird heute hier, wenn wir gewinnen, ist Dortmund Meister und ich glaube tatsächlich, das endet unentschieden irgendwie. Kann natürlich auch sein, dass Bayern jetzt nochmal alles reinfeuert, qualitativ natürlich die deutlich bessere Mannschaft, aber die Kölner können frei aufspielen, also ich würde es den Dortmundern auch gönnen, jetzt kein Hate gegen Bayern, aber nach den ganzen Jahren und nach so einer Saison dann wieder Meister zu werden, hätte man sich eigentlich auch nicht verdient und der BVB wäre selten blöd, ich würde es den gönnen, die ganzen Partys sind schon vorbereitet, Lotti kann dann sich Meister, deutscher Meister nennen, würde ich ihm auch gönnen, also ich sage, die Bayern stolpern hier und die Dortmunder lassen sich das nicht mehr nehmen, weil es für Mainz halt auch um nichts mehr geht, sonst wäre es auch nochmal was anderes, zumal sie zu Hause spielen, ich glaube, die werden deutlich gegen Mainz mit 3 zu 1 gewinnen, sei denn, sie haben auf einmal eine Schockstarre und haben wirklich Blei in den Beinen, das weiß man natürlich nie, wenn es um so viel geht, aber gerade auch das Spiel gegen Augsburg war dann doch überzeugend, auch wenn da natürlich die rote Karte mit reingespielt hat, aber es war überzeugend, deswegen glaube ich, auch jetzt werden die zu Hause alles abfackeln, um Deutscher Meister zu werden, 3 zu 1. Jetzt kommen wir in den spannenden Abstiegskampf und da ist es halt so, Hoffenheim gegen Stuttgart, Stuttgart gegen Hoffenheim, das könnte das brisanteste Duell, hätte das werden können, die beiden Ex-Trainer gegeneinander, die vorher den anderen Klub trainiert haben, Hoffenheim ist jetzt aber schon durch und Stuttgart spielt zu Hause und hat auch eine fußballerische Qualität, hat 4-1 gewonnen, gerade in Mainz, das lassen sie sich nicht mehr nehmen, sage ich, sie haben die Pole Position mit dem Sieg sind sie durch, ich sage, der VfB gewinnt das Spiel mit 3 zu 1 gegen die Hoffenheimer, alles andere würde mich wundern, auch wenn man nie weiß, wie frei auf einmal eine Mannschaft aufspielt, für die es um nichts mehr geht, ich glaube für Materazzo geht es schon um ein bisschen was, deswegen, das ist mein Tipp. Bochum gegen Leverkusen, ich bin mir, eigentlich muss Leverkusen das gewinnen, die wollen ins internationale Geschäft, alles andere würde die Saison sehr, sehr unzufrieden auskriegen lassen, auch wenn es immer besser wurde unter Xabi Alonso, aber sie würden nächstes Jahr nicht international vertreten sein, was auch schwierig dann teilweise wird, auch wenn sie viel Geld haben, um die Spieler teilweise zu holen, die sie wollen, oder die Spieler zu halten, die sie nicht abgeben wollen, die werden da alles reinwerfen, aber eigentlich so eine Mannschaft wie Leverkusen, wenn Bochum die zu Hause hat, ist genau das, was Bochum gerne hat, eine Mannschaft, die volle Kanne nach vorne spielt, Bochum ist genau das, was Leverkusen nicht braucht, auch die stehen tief hinten, da können sie, wie gegen Aas Rom, haben sie dann Probleme mit ihren schnellen Außen über Adli oder über einen Diaby tief zu schicken und Bochum kann kontern, also ich glaube, da schießen beide Mannschaften ein Tor, ich glaube aber, am Ende wird das Spiel Leverkusen 3 zu 2 gewinnen, aber bei Bochum, gegen Topklubs zu Hause, wenn es um alles geht, dann im Hexenkessel, weißt du es nie. Gladbach gegen Augsburg, die Augsburger können tatsächlich noch in die Relegation kommen, wer hätte das gedacht, bei Gladbach weißt du auch nie, wie das Spiel ausgeht, ich weiß nicht, wie sehr sich die Gladbacher jetzt noch reinhängen, allerdings in den Heimspielen hat man dann auch mal wieder Leistungen gesehen, wie zum Beispiel gegen Bochum, wo sie dann 2-0 gewonnen haben, Augsburg mit einer nicht so guten Serie derzeit, Augsburg auch auswärts nicht so gut, also die Gefahr besteht durchaus, ja, gerade sollte Bochum da noch was holen oder Schalke, dass wenn sie verlieren, da raus sind und ein 2-1 für Gladbach finde ich nicht unmöglich, ich glaube aber, es endet 1-1 und damit sichern sich die Augsburger dann wieder mal den direkten Klassenerhalt, ja, was machen die Schalker, was machen die Leipziger vor allem, werden die Leipziger jetzt wechseln, weil sie schonen wollen für das DFB-Pokalfinale, weil es für sie um nichts mehr geht oder wird der Trainer sagen, ey, wir haben nur ein Spiel pro Woche, ist ja nicht so, dass wir alle drei Tage spielen, die müssen im Rhythmus bleiben, wir haben gerade einen guten Flow, wir müssen in diesem Flow bleiben, das wird die Frage sein, Leipzig ist auch nicht unschlagbar, hat man gesehen, gegen Bremen, finde ich, haben sie nicht so ein gutes Spiel gemacht, auch wenn sie da am Ende verdient 2-1 gewonnen haben, aber auch erst spät, Schalke wird mit unfassbar vielen Fans am Start sein, gibt ja auch in Ostdeutschland sehr, sehr viele Schalke-Fans, ich weiß nicht, ob einer von euch noch die Doku kennt, wo einer von STRG F oder so, glaube ich, mit RB Leipzig eine Auswärtsfahrt gemacht hat, nach Gelsenkirchen und der war selber Gelsenkirchen-Fan, der Reporter und dann waren da ein paar Leipziger, die sagten, ja, früher war ich Schalke-Fan und haben dann auch noch Schalke-Lieder mitgesungen, jetzt bin ich aber für RB Leipzig, also da werden unfassbar viele Schalker am Start sein, die Mannschaft wird gepusht sein, Jens fehlt, glaube ich, wer fehlt noch? Noch irgendjemand, Herr Rodde, aber am Polter hat er auch wieder getroffen, Salah saß dabei, in Bülter ist wieder da, die werden alles reinwerfen, ich weiß nicht, ich kann es wirklich euch nicht sagen, ich sag tatsächlich, es wird, es kann sein, dass Leipzig auch 3-0 gewinnt, Schalke ist jetzt auch nicht, hat man ja gegen München gesehen, kann dann auch so ein Spiel trotzdem verlieren, egal wie viel Engagement sie reinbringen, mal gucken, ob Fährmann oder Schwolo im Tor steht, ist ja auch nochmal so eine Sache, ich sag 1-1, ich bleib bei dem Tipp, den ich bei Nico gebracht habe, Nico hat ja gesagt, Schalke gewinnt, dann könnten sie sogar direkt noch in der Liga bleiben, rein theoretisch, also es bleibt spannend, es kann auch alles komplett anders ausgehen, in meiner letzten, Tabelle ist Union in der Champions League, Freiburg in der Europa League, Leverkusen schafft es auch in die Conference League, Augsburg bleibt in der Liga, Stuttgart bleibt in der Liga, Schalke auf dem Relegationsplatz, dann mal gucken, gegen wen, vielleicht gegen den HSV, Bochum steigt direkt mit Hertha ab, aber es kann alles passieren, Leute, es kann alles passieren, Schalke kann genauso gut verlieren, Bochum kann in die Relegation kommen, Augsburg kann in die Relegation kommen, bei Stuttgart glaube ich es irgendwie nicht, da bin ich mir irgendwie sicher, dass sie es schaffen, aber wir werden es am Ende des Spieltags sehen, gerne mal eure Tipps rein, was sagt ihr, wie sieht die Endtabelle der Bundesliga am 34. Spieltag aus, was sagt ihr, wie gehen die Partien aus und gerne auch mal rein, vielleicht, ob ihr in Wolfsburg seid, vielleicht sieht man sich ja da vor Ort, in diesem Sinne, macht es gut, meine lieben Freunde, trotzdem hau he, trotzdem Hertha treu bleiben, ich finde diese Gemeinschaft, die zusammenwächst, ich rede jetzt nicht hier von der Community, sondern bei uns, bei unserem Klub als Hertha, dass so viele trotz dieser Zeit irgendwie sagen, ich will jetzt für den Verein da sein, das finde ich ein ganz, ganz tolles Zeichen, jetzt hoffen wir auf die Lizenz und dann haben wir in der zweiten Liga auf jeden Fall geile Heim- und Auswärtsspiele und in diesem Sinne, macht es gut, schönen Start ins Wochenende morgen, bis heute Abend im Stream, hau he. das geht an. Bis zum nächsten Mal.